Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon Showtopart. Wir spielen dieses Mal wieder in der Generation 3 Overused. Wir wollen mit dem BL Knights in die Ladder hinaufschießen und heute besteht unser Thema aus Regirock, Gewaldro, Zapdos, Dictry, Aspion und Swampod. Wir haben hier eigentlich generell coole Sets, die ich euch gleich zeige. Wir spielen hier ein Choice Band. Und Regirock als Lead ist, denke ich, ein sehr gutes Lead-Pokémon. Tankt auf jeden Fall eine Attacke von Despot, da kann es one-shotten, wie von Relax, wie man hier sieht. Dann spielen wir noch ein Mixed Gewaldro mit, ah, offensives, spezielles Gewaldro mit Laubklinge, Donnerschlag, HP, Eisen und Leechsied. Full Speed natürlich. Man könnte statt Egelsammen eine andere Attacke spielen, aber Egelsammen lohnt sich hier eigentlich auch. Dann spielen wir noch ein Baton Pass, Zapdos mit Zibol, HP, Cress, Donnerwelle und... Natürlich Baton Pass, voll offensiv, dann ein Dictry zum Trappen, Zapdos kann Baton Pass drücken und dann Trappen wie ein Pokémon. Dann spielen wir ein Baton Pass, Aspion, was Gedankengut den anderen Pokémon geben kann. Was sehr gut sein kann, denn Gewaldro kann die Boosts brauchen zu Pokémon one-shotten, so haben wir noch schnell Zeit. Und zu guter Letzt haben wir noch ein richtig cooles Zumpe gesetzt, nämlich Salak Berry Swamp hat mit Delegator Endeavor, Surf und Ice Beam. Wir können Boosts durch Aspion halten, ist cool, aber es ist immer noch zu langsam. Aber dank der Salak Berry, wenn es unter 25% ist, dann bekommt es 50% Speed. Und dann macht Surfer mit Torrent sehr viel Schaden und wenn wir nochmal ein paar Boosts bekommen haben, noch viel, viel mehr. Und in Never ist es dazu da, dass wir so auf keinen Fall gegen Blissey verlieren. So, der Gegner leadet mit Snorlax, wir gehen gleich auf Superpower und können das Pokémon one-shotten, denn wir sind Choice Band Regerock. Und der Gegner hat den Kampf vorher schon verlassen, dann hat er eine Minute wieder aufzutauchen. Ich werde cutten, um zu sehen, ob er wieder auftaucht. Der Gegner ist wieder aufgetaucht, gut. Und er geht mit einem Zwick und jetzt ins Rennen, wir gehen gleich in Gewaldro. Sehr vermacht, nicht so viel Schaden, Ice Beam überleben wir also, gut zu wissen. Wir gehen gleich auf Ekelsamen, um den Gegner irgendwie abzufucken. Okay, Ice Beam überleben wir knapp, aber die Laubklinge macht jetzt extrem viel Schaden. Durch Notdünger zum Beispiel wird das Recon auf jeden Fall one-shotten, da bin ich mir sicher. Andere Pokémon bekommen auch so viel Schaden ab durch Notdünger Laubklinge. Okay, Rage Ice ist... Es ist ein Kretz, okay. Gut, wir gehen jetzt einfach mal in Regirock. Regirock hat keine Eisswäche. Habe ich früher gedacht, aber nein, Stein ist neutral. Gut, wir gehen gleich auf HP Rock. Die Frage ist, sind wir schneller? Okay, er geht ins Recon raus. Und mit HP Rock machen wir auch keinen Schaden. Es ist kein Überrest des Recon, was interessant ist. Wir gehen jetzt gleich in Aspeon. Server macht auch keinen Schaden. Wir gehen auf Gedankengut oder auf Delegator. So, wird der Dictream-Team haben? Ich denke nicht. Hoffentlich nicht. Wenn er Dictream ein Team hat, ist Coleman auf jeden Fall der falsche Play. Aber wenn wir das Gedankengut drücken, macht Server dann weniger 25%. Dann kann er unseren Sub nicht breaken. Das ist zumindest die Idee, die ich jetzt verfolgen will. Bitte kein Brüller. Server macht 22%. Perfekt, jetzt gehen wir auf Delegator. Wir könnten auch auf die Psychokinese gehen. Aber wie man hier sieht, sind mir ein eher speziell defensives, ausgelegtes Aspeon. Okay, es ist ein Brüller. Okay. Es ist ein Brüller. Aspeon, wir gehen in Zapdos. Server macht guten Schaden. Wir gehen gleich auf T-Bowl. Battenpass könnten wir drücken. Aber wir wissen jetzt noch nicht, ob er einen Boden-Pokémon hat oder noch nicht. Er geht in Regi-Eyes und Rage-Eyes. Ist er nicht mal in Two-Shots von dieser Rangers? Wir machen nur 23%, dass sieben an dieses Pokémon eigentlich wirklich sehr balki ist. So, wir gehen in Regi-Rock. Regi-Rock tankt noch eine Attacke oder geht auf Rest. Und wir gehen auf HP-Rock. Es war eine Chesterberry-Variante. Okay. Spielt man so Rage-Eyes? Okay, er gewinnt diesmal das Bete. Aber wir können es one-shotten, da wir Choice-Band sind. Regi-Rock hat bisher gute Arbeit gelastet. Und der hat sogar Dickdreh. Okay, dann gehen wir auf HP-Rock, Opferness. So. Wir gehen in Zapdos und drücken Donnerwelle. Denn er muss hier rauswechseln, dann können wir ein Pokémon paralysieren. Oder wir gehen auf Baton Pass. Wir gehen auf Baton Pass und vielleicht geht er in ein Pokémon, was wir jetzt rappen wollen mit Dickdreh. Ich spiele beim Medi-Jamp nochmal. Spielt man das mit Fake-Out? Medi-Jamp. Jujubiel. Das Pokémon will ich auch auf jeden Fall ausprobieren. So. Brick-Break. Fake-Out. Ja. Bulk-Up. Reversal. Also okay. Dickdreh kann das Ding wahrscheinlich nicht one-shotten. Espeon wäre vielleicht der Play hier, um es anzuchippen und dann mit Dickdreh zu one-shotten. Ich denke, das ist wahrscheinlich der Play hier sogar. Fake-Out tanken wir, denn wir sind bulky. Wir unspeeden es auch auf jeden Fall. Und wir brauchen zumindest Chip und Espeon. Bringt ist auch nicht so viel. Denn Dickdreh kann es immer rappen. Oder wir gritten es weg. Okay. Ich dachte, wir machen nur 40%. Aber wir hätten sogar 50% gemacht. Ja. Wie gesagt. Dickdreh kann mich jetzt rappen. Wir probieren nochmal rauszuwechseln. Aber bringt natürlich gar nichts. Wir gehen hier auf die Psychoknese. Er binget. Killed uns. Wir beginnen Zapdos. Und drücken T-Bolt. Denn er ist sicher Joyce Bandit. Das wissen wir schon. Und T-Bolt ist hier wahrscheinlich die beste Wahl. Er hat Fortress. Jawohl. Okay. Ein Crit. Der war nicht notwendig. Der war sowieso auf keinen Fall notwendig. So. Dickdreh. Da gehen wir jetzt in unser Sumpex. Oder wir gehen in unser eigenes Dickdreh, um zu scouten. Auf welche Attacke geht? Rockslide. Okay. Dann kann er nicht rauswechseln. Und wir können das Gegendenschritt mit Erdbeam treffen. Okay, es ist sogar ein One-Shot. Überrascht mich. Aber den nehme ich auf jeden Fall. Den nehme ich wirklich sehr gerne. So. Wir gehen gleich auf Erdbeam. Wir sind schneller. Definitiv. Und wir können auch schon den nächsten Gegner suchen. So. Erdbeam macht 35%. Ist das ein Restalks? Egal. So. Gewaltruh bekommt den letzten Kill, weil es ein Gewaltruh ist. Den ersten Kampf haben wir so souverän gewonnen. Regirock hat nochmal gleich den Unterschied gemacht. Auf jeden Fall. So. Der nächste Gegner lietet mit Rosana. Aspion, maybe? Lovely Kiss schläft er dann auch? Nein. Dann gehen wir in Regirock. Ja, das Fief macht jetzt nicht so viel Schaden. Wir gehen auf HP Rock. Synchron funktioniert nicht, wenn ein Pokémon eingeschlossen wird. Die Synchron ist jetzt nicht die beste Fähigkeit, aber es wäre schon cool gewesen, wenn es bei Freeze und Sleep triggern würde. Vielleicht gibt es da ein paar Breaking Moves, aber egal. HP Rock macht keinen Schaden. Wir gehen auf Erdbeam. Obwohl, wir können auch in Thompix. Wir gehen in Zapdos. Zapdos denkt auf jeden Fall alles. Minitormash ist kein Two-Shot. Sehr gut. Wir gehen gleich auf die Donnerwelle oder Zibold. Wir gehen auf die Donnerwelle. Wir bleiben einmal safe. Er trollt ja noch. Okay. Das heißt, wir können in Dictry gehen. Wir gehen in Dictry Toxic. Okay, so. Jetzt können wir scouten, ob er irgendetwas für unser Drehgerock war im Bad Play. Der Play war richtig schlecht. So, wir gehen auf Erdbeam. Der Play war wirklich schlecht von mir. Explosion. Nein, er geht in Modecress. Dann gehen wir auf die Explosion. Oder HP Rock. Okay. Ich spiele gerade richtig Bad. Wir gehen in Zapdos. Okay, habe ich gerade einen Disconnect. Oder auch nichts. So, wir gehen hier einfach mal auf Battenpass. Ich spiele gerade richtig Bad, könnte man sagen. So, Jolteon. Gewaldro ist hier definitiv der Play. Laubklinge. Gengar hat er sogar Laubklinge, ist ein Crit und macht 51% gut. So, wir gehen in Ice Punch. Spielt man auf den Ice Punch? Der wird jetzt Safe Ice Punch drücken. So, Aspeon. Obwohl. Obwohl die anderen Pokémon sind sowieso schneller. Dictry. Nein, wir gehen in Aspeon. Und Spukball. Warum Spukball? Jetzt wird es sowieso nicht getrapped. Dann gehen wir in Zapdos. Focus Punch. Okay, das war ein guter Play, Fragezeichen. Ja. So, wir gehen hier auf die Donnerwelle. Spukball. Okay, jetzt sind wir schneller. Das passt. Wir gehen jetzt auf Donnerblitz. Wir können es töten. Perfekt. Der Gegenspiel auf jeden Fall ein interessantes Team. Aber ich muss auch sagen, Rosane ist ein richtig cooles Pokémon. Ich finde das eigentlich gut. Es hat eine sehr gute Nische. Es ist, wenn Pokémon schnell ist, kann Pokémon einschläfern. Kann Zap legen. Icebeam trifft sehr viele Pokémon, mindestens neutral. Kann sogar ein paar Pokémon freezen. Also das Ding habe ich auch schon mal gespielt. Und ich mag es sogar. So, er geht in Cholzien raus. Okay. Wir opfen hier Aspeon. Gut. Hm. Wir gehen in Skeptile, drücken Leaf Blade. Obwohl, wir drücken Donnerschlag. Okay, es ist immer noch ein Two-Shot. Es ist ein Two-Shot gegen Lavados. Das ist sehr wichtig. Okay, ich gehe in den Cholzien raus. Dann gehen wir auf die Laubklinge. Aber wir haben jetzt die Prozente gemacht, die wir gebraucht haben. Auf jeden Fall. Das war wirklich sehr wichtig. Toxic kann er drücken und wir machen gar keinen Schwang in den Cholzien. Wir gehen auf die Igelsamen. T-Bolt kann der drücken. Wir gehen in Swampert raus. H.P. Grass ist wie gesagt eine Bedrohung. Das ist das Blöde. So, wir gehen in Dictry raus. Er geht in Moldress. Wir gehen auf Rockslide. Okay, Metagross. Gut. Ähm, ja, Rockslide. Wie opfen ist unser Dictry? Ah, das ist ein... Das ist ein Agility-Meter-Gross. Das ist das gar nicht gut. Meter Mesh killt uns. Der hat sogar einen Angriffsboost bekommen. Okay. Das ist wahrscheinlich ein GG. Er drückt es wahrscheinlich Explosion. Und dann hat er den Sieg eigentlich schon in der Tasche. So. So, Jinx. Da gehen wir auf T-Bolt. Vielleicht gritten wir ja. Oh, der geht sogar auf Icebeam. Okay. Dann haben wir den Kampf leider 4 zu 0 gewonnen. Wir haben nicht mal alle Pokémon gesehen. So. Aber gegen den nächsten Gegner haben wir schon mal gekämpft. schon vorher. Der hat den Relaxus-Swee-Kun. Gengar? Hatte der Gengar? War der Spukball-Gengar? Nein. Wir gehen einfach auf Superpower. Okay. Geht den Swee-Kun raus. Hat gelehrt. Wir machen keinen Schaden. So. Das ist ja so ein Surf-Icebeam-Swee-Kun. Und der hat Brüller auch noch. Das heißt, wir gehen den Zapdos raus. Gut gemacht vom Gegner. So. Der hatte irgendeinen Crown-It-Type. Forstelka hatte der noch. Was hatte der noch? Ach. Mir fällt das gerade nicht ein. Snorlax hatte er auf jeden Fall. Ja, war klar. So, Batten-Pass. Ich könnte das Video anhalten und nachsehen. Sub. Sub Snorlax. Was? Ähm, Leute. Ich werde cuten, um zu sehen, welche Pokémon er nochmal hatte. Hm. Der Gegner hatte noch Diktri, Redgeist, Medichamp und Forstelka. Gut. So. Wir gehen einfach mal auf Hidden Power Rock. Der wird jetzt in Diktri wechseln. Maybe. Wir gehen auf HP Rock. Obwohl, ich will... Bringt mir das Team nochmal schnell nachsehen. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ich kann mich jetzt nochmal rein switchen. Oder rein holen. Ähm. Focus Punch. Sub vielleicht. Wie geht es? Wie geht es? Fortress. Okay, der holt sogar Fortress rein. Interessant. Jetzt starten wir mal den Timer. Der kann boomen. Aber wie Two-Shotten auch das Forstelka. Der boomt. War Zapdos wie wichtig. Vielleicht wegen Suicun. Gewaldro brauchen wir auch auf jeden Fall. So. Jetzt gehen wir in Gewaldro. Dagegen holt Medichamp rein. Von dem haben wir jetzt nicht so wirklich was gesehen. Dann gehen wir in Espeon. Espeon wird wahrscheinlich von Diktry nicht gewandshottet. Von Spukball natürlich schon. Dammit. So. Jetzt will ich mal kalken, ob wir Medichamp mit Diktry one-shotten können. So. Reggie Raw. Nen. Medichamp. Medichamp. Wir spielen hier ein. Duck Trio. Advance. Oh, jo natürlich. Duck Trio. Choice Band gegen ein Medichamp. Midichamp. Okay, wir können das Ding nicht one-shotten. Aber Duck Trio brauchen wir eh nicht. Wir gehen auf EQ. Wir können es zu. 6% besiegen. 6% sind in Pokémon wirklich. Manchmal wirklich sehr, sehr. Wirklich sehr viel. Okay, Dagegen hat den Kampf verlassen. Und hat jetzt eine Minute, um wieder aufzutauchen. Das ist ihm letztes Mal auch passiert. So, bis jetzt hat mich Aspion am meisten enttäuscht. Es ist das erste Mal, dass ich Aspion in Gen 3 probiere. Ist es Oyo-Format? Okay, der ist wieder aufgetaucht. Dammit. Reversal, okay. So. Skeptile und Leaf Blade, maybe? Reversal, ich bin ja so schlecht gerade. Okay, ich spiele gerade richtig schlecht. Ich muss besser aufpassen. Aber wir hatten sowieso nichts. Spielt man auch Saprelaxo? Das ist die Frage. Und die machen schon wieder Minuspunkte. Ab 2250 mit schlechten Pokémon ist das ja wirklich schwieriger. Also Gewalro ist kein gutes. Jujo-Pokman ist. Kann mit Donnerschlag nicht einmal ein offensives Gyarados One-Shot. Vierfach effektiv. Leute, vierfach. Aber egal. Sollte nichts gegen den Lidl mit Despotzer. Gut, wir gehen auf Superpower. Starten in Timer. Meteorgross. Ich wollte auf Erdbeam gehen. Ich wollte schon auf Erdbeam gehen. Dammit. Egal, wir gehen in Zapdos. Meteormash. Das ist Choicebander. Das ist Choiceband-Schaden. Auf jeden Fall gut zu wissen, dass er Choiceband Meteor spielt. Mehr nachdenken über die Turns. Donnerblitz. Ist Donnerblitz der Play? Ich denke schon. Relaxo. Okay. Critpaarer. Okay. Gehen wir in Diktri. Obwohl, wir gehen in Regirock. So, Diktri kann die Pokémon wie gesagt rappen. Meteorgross zum Beispiel. So. Wir gehen hier auf Erdbeam. Er geht in Kledol. Okay. Dann. Eisbeam wieder nichts haben. Aspion. Ist Aspion der Play, um dann in Swamper zu gehen? Erdbeam. Okay. Skeptile. Erdbeam. Laubklinge. Aspion darf er nicht so reinbringen. Nicht so aggressiv. Das habe ich jetzt gerade gelernt. Gut. So. Laubklinge. Okay. Es ist ein okayer Tausch. Wir gehen jetzt den Diktri. Wenn er Meteorgross reinholt, ist das weg. Kledol. Okay. Da gehen wir einfach mal in Zabdoss. Hp Grass auf jeden Fall macht okayen Schaden. Psychic killt mich leider. So. Swampert maybe. Und Sub. Sub. Surfer. Macht keinen Schaden, war klar. Aber der Drawer natürlich. So Aspion ist jetzt der Play hier. So. Und wir gehen auch auf Gedankengut. Drücken. Psychic. Machen okayen Schaden. Wir gehen in Sumpax. So. Substitute. Kann Diktri das Ding one-shotten von dieser Rangers. Ich denke nicht. Oder? Ah. Dammit. Wegen 2%. Ja. Das Game haben wir leider auch verloren. So. Erdbeben. Ja. Deshalb war ich ja da. Ich such den nächsten Gegner noch. Kledol. Da müssen wir raus wechseln. So. Snorlax. Der fängt mit den Snorlax an. Okay. So. Regirock. Boom. 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 So. Der fängt mit den Snorlax wieder an. Und wir gehen auf Superpower. Weg mit dir. Oh. Der Kritz war auf keinen Fall notwendig. Oh. Fühlt sich das gut an. Haha. Jawohl. Stami. Mir fällt auf, dass das Team hat keine Walls. Ich glaube Gewalt ist sogar der Play hier. Man muss offensiver mit dem Team spielen. Psychic überleben wir sogar sehr gut. So. Laubklinge. Wir sind schneller. Heragross. Okay. Ist Heragross ein Problem für unser Team? Ehrlich gesagt. Würde ich es gerne Aspion opfern. Aber. Ich will es zum Beispiel erstmal so rausbekommen. Aber es ist ihm noch langsam als Stami. Wir gehen in Aspion. Sub. Er wird jetzt Endeavor drücken, oder? Oder auch nicht. Dann drücken wir Sub-Psychic und killen es. Ich dachte das wäre so ein Endeavor Heragross. Bitte hab keine Selectberry. Natürlich hat es ne fucking Selectberry. Okay. Air Relays müssen Diktry hier opfern. Drifft natürlich so Zapdos. Ähm T-Bolt. Ach das Team ist richtig bad. An das liegt es. Ähm T-Bolt. Ähm T-Bolt. Ähm T-Bolt. Krit. Krit auch noch. Hätte Regirock ein Hit getankt. Ja. Okay. Ich hätte gleich in Regirock gehen sollen. Ich unterschätze das Ding auch immer. Eisbeam tankt mir nicht. War klar. So Skeptal. Kann Skeptal vier Pokémon killen? Dann nenne ich den Part. Gewaldro ist das beste Pokémon der Welt. Seht euch jetzt? Das meine ich. Leider fällt einfach Gewaldro die Kraft. Laubkling ist ein guter. Wahrscheinlich der stärkste Grass Step. Außer man sagt jetzt, dass wie ein Faunus-Status, so heißt die Taktik, die ich meine, besser ist. Aber ja, Leaf Blade ist, hat hier leider nur noch, hat hier nur Base-Stärke 70. Hätte sie 90, hätten wir jetzt da auf jeden Fall besiegt. Leute, ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wir sind 100 Punkte. Ja, in das Minus gekommen. Das ist jetzt nicht so schön. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.